die hallo heute es ist doch kein dschungel wo bin ich aufzubilden whatever du da machst auf zu kacken nicht dahin wo ich noch lang gehen muss ne geht doch nicht so und leute bitte guckt mal vorbei am 10.3 beim live stream ganz viel auch vielleicht bekomme ich Knochen von mir habe ich sogar 1 wow komm schon ja yay das war mein Glücksknochen und jetzt ist er weg für immer bis ich 9 habe ja irgendwie alles weiß hier konnte ich jemanden nicht beherrschen jetzt erltert das geht doch nicht normal wenn mich sicher ja das ist dann alles so kommt ja es ab 18 reignet der Part das ist die Dschungel die Dschungel macht die verbinderte Geräusche Lass mal durch. Ah, neu. Ah, ganz viel Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle kaufen? Jumel, wo bist du? Wo bist du, mein Dummelchen? Da! Ich habe ihn gefunden. Hoffentlich ist es der gleiche. Ja. Ey, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, Leute. Kann die auch rasieren? Ich war hier doch richtig. Ich lass dich mal kurz hier sitzen. Geh dann hier hoch, wo auch immer das war. Das war von der Seite. Jump and Run. Okay, hier ist der, äh, Creeper explodiert. Und so, ach da, okay. Ich brauche jetzt mal einen Weg nach oben. Auch wenn es scheiße aussieht. Da scheiß ich jetzt drauf. Hm, 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 hm. Okay, komm. So, hier hoch. So passt das schon. So geht das schon, so geht das schon, so geht das schon. Ich brauche jetzt um die Plattform ein bisschen aus und dann, setzt sich die Hunde da oben hin. damit ja auch keiner stolpert manchmal so ein Ding hier, so ganz ganz ungefährlich hier so. Und da wäre ich vielleicht noch eine normale Treppe nach oben bauen und nicht dieses Zeug hier. Aber das kann ich noch später machen, denn ich will erstmal hier oben weitermachen. Aber ich mach dann doch hier alles voll so. Ja, das ist sicherer, falls hier doch mal irgendwie Laub verschwindet oder... Hab ich das eigentlich? Ja, ich hab wieder auf Englisch. Das ist vernünftig. So macht man das, so macht man das. Ja, ja. So geht das, Leute. Ja, da baue ich jetzt hier so. Hol, sag mal, hier lang. Aber kann ich auch mal cheaten. ... Ein bisschen cheaten muss sein. Dadadadadam dadadam. Ach komm. So hab ich gleich viel mehr Holz. Vor allem viel mehr, nur so ein paar... Aua. Und da verschwindet das Laub schon. Oh nein, nein. Nein, meine Axt ist kaputt. Das ist gar nicht... Moment, ich muss eben die Koordinaten aufschreiben. Stifte... Ich mach das eben bis gleich. Und da bin ich wieder. Eben schneller hinwaschen. Hm... Hm... 439... Ähm... Minus 142... 439 erstmal. Also hier schräg müssen wir lang. Ungefäng. Ach komm, Deathpoint ist so eingezeichnet. Wieso... Ah, egal. Ich mach trotzdem jetzt gleich ein Waypoint da am Dschungel. Damit ich das wieder... Also immer... Also... Komm schon schneller, 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 schneller... Jetzt... Komm schon schneller, schneller... Eee... Eee... Ella... Aua... Hehehe... Ella... Aua... Aua... Was tat weh... Mama... Warte... Und da bin ich wieder... Ich wurde mal wieder gestört. Standard. Dadurch bin ich bekannt und... Ach komm, jetzt wird schon dunkel. Jaja... Ich hör mal wieder nochmal. Stellen wir's gleich nochmal... Ohne die Sachen zu bekommen. Aber egal. Naja, wir sind jetzt gleich schon da. Noch ein bisschen nach links und dann... Da... Ich geh' doch... Wir laden mal hier rum... Dann hier... Ah, hier hoch... Hallo schaar! Tschüss Schaar! Ich mag dich gar nicht. Ich hab' dich gar nicht. Ich hab' das gerade festgetauscht. Naja... Ich will doch noch meine Sachen zurückhaben. Ich will doch noch... Naja... um jetzt schneller ein welchen von hinten von einem anal General attackiert und jetzt kann ich nicht hohe die jetzt gehe hoch das Ding ha lernt mal springen hier ok leute drei skelette eingefühlbar und zwei tomis einfach durch waschen es läuft doch scheiße ich habe kein ich habe kein Essen mehr ich habe Hunger aber kein Essen das bedeutet das aus ja ein bisschen hoch oder wird jetzt leckte mir rum je e wie ich das mal liebe so man so schnell 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 das kann das tun krick mit ein paar als ob man so so in real life so irgendwas finden dass man so glücklich auch wenn es so sinnlos ist wie ein Spider-Eye ja am besten ist wieder nach oben oder aber Moment ähh Dschungel sorry wenn es falsch geschrieben ist ja die Farbe will ich yay oh pink oder was das ist yay jumpshot boah ich bin schon wieder fast abgekratzt Leute guckt auf mein Herz das das hat sich irgendwie boah wie behindert ist das denn ja genau ich geh erstmal schlafen selbstmord das davor war eigentlich auch selbstmord das aber kann ich eben noch was mitnehmen dahin das nehme ich auch nochmal mit das nehme ich auch mal mit das auch Pfeile glas glas nämlich mal mit n 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 Lobo und ab jetzt geht er er hätte ich bin ich was das ist ich schwein ihr schwein die ja 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 so toll ist das und da kommt wieder los jetzt mal ehrlich Leute nicht langweilig nein wieso wieso ich voll seltsmorti ich spring von oben runter es war doch nur drei Blöcke so dumm das müsste ich erst mal nachmachen können ich werde ich bin der einzige der so behindert sein kann naja so ist das manchmal da ist der Dschungel ich kenne sie hier bei KC Lala ich kann schon werden laufen laufen saufen rauchen kaufen